BR 2020 Heute wird es richtig cool. Marie und ich machen einen Filmabend. Dafür haben wir hilfreiche Tricks. Für Popcorn, die Chips und natürlich meinen Favoriten, das Eis. Nur welchen Film sollen wir schauen? Bevor Marie und ich uns streiten, lieber schnell ran an die Trickkiste. Jetzt kann es losgehen. Nur irgendetwas fehlt. Popcorn und das am liebsten so richtig süß. Marie mag ihr Popcorn eher salzig. Bäh. Oh nein, und wir haben nur eine Schüssel. Was jetzt? Haha, anscheinend kein Problem für Supertrickserin Marie. Sie zieht ihren Pullover verkehrt herum an und macht ihre Kapuze zu einer Schüssel. So hat jeder von uns sein eigenes Popcorn. Okay, oder fast. Trickstufe 2, weil wir ein bisschen Dreck machen. Jetzt kann es aber mit dem Film losgehen. Und weil Popcorn ja nicht ausreicht, hat Marie gleich noch eine riesige Tüte Chips mitgebracht. Mega. Zwar haben wir immer noch keine extra Schüssel, dafür aber eine Idee. Ich drücke die Tüte von unten ein und ziehe die Seiten gleichmäßig runter. Die Tüte steht nun von selbst. Freie Hände und kein dreckiges Geschirr. Trickstufe 2. Der Film ist so spannend. Marie und ich sind richtig konzentriert. Wegschauen? Unmöglich. Aber Moment, was ist eigentlich mit unserem Eis? Oh nein, das haben wir total vergessen. Ganz schöne Sauerei. Aber auch dafür haben wir eine Idee. Um tropfendes Eis zu vermeiden, basteln wir einfach einen Tropfschutz. Nehmt ein Muffin-Förmchen, steckt den Eisstier mittig durch und fertig. So bleibt deine Hand und das Sofa sauber. Trickstufe 1. Während wir jetzt den Film zu Ende gucken, euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.